Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich spreche hier im Auftrag der Vollgeldinitiative. Wir haben in diesem Saal bereits in vergangenen Generalversammlungen über die klaren Vorzüge und die unbegründeten Einwände zur Vollgeldinitiative gesprochen, weshalb ich mich heute kurz halten kann. Das ist sicher im Sinne von Herrn Studer und von uns allen auch, nicht? Heute möchten wir dem Direktorium der Nationalbank ein Geschenk überreichen. Am liebsten natürlich die zusätzlichen geldpolitischen Instrumente, welche die Nationalbank mit der Vollgeldinitiative erhalten wird. Aber noch müssen wir dazu die Zustimmung des Souveräns im nächsten Jahr abwarten. Im Rahmen eines Aprilscherzes haben wir uns kürzlich erlaubt, unser vernünftiges, maßvolles Anliegen in humoristischer Weise der Bevölkerung bekannt zu machen. Dazu verwendeten wir eine Webseite, welche diejenige der Nationalbank imitierte. Die Nationalbank fand den Scherz so gelungen, dass sie uns gebeten hat, ihr, die dafür verwendete Domain, abzutreten. Dem kommen wir gerne nach. Hiermit überreichen wir Ihnen, Herr Jordan, die Domain Schweizer Nationalbank.ch und das Sipplement geben wir Ihnen noch Schweizerische Nationalbank.ch dazu. Wir wünschen Ihnen damit ebenso viel Freude, wie wir den Teilnehmern am Aprilscherz bereiten konnten. Besten Dank und schönen Tag. Vielen Dank, Herr Haldo.